Die Merz Akademie ist eine 1918 von Albrecht Leo Merz gegründete private, staatlich anerkannte Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien im Kulturpark Berg in Stuttgart-Ost-Studium. Im Bachelorstudiengang Gestaltung, Kunst und Medien gibt es drei Studienrichtungen. Film und Video, visuelle Kommunikation und New Media. Der Schwerpunkt der Studienrichtungen liegt in der gestalterischen und konzeptionellen Anwendung der neuen Medientechnologien in sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen. Das Studium dauert sieben Semester und schließt mit dem staatlich anerkannten Titel Bachelor of Arts ab. Der dreisemestrige Masterstudiengang Wissensbildung in Gestaltung, Kunst und Medien richtet sich an Absolventen künstlerisch-gestalterischer Studiengänge ebenso wie an Geistes- und Kulturwissenschaften. Er bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, eigene künstlerische Forschungsprojekte in den Bereichen Film und Video, New Media oder visuelle Kommunikation zu verfolgen. In interdisziplinären Teams, die von Professoren der Theorie und der Gestaltung gemeinsam geleitet werden, wird auf der Grundlage intensiver Recherchen die eigene ästhetische Praxis entwickelt und in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung reflektiert. Der Masterstudiengang schließt mit dem staatlich anerkannten Titel Master of Arts ab. Die Merz Akademie hat eine umfangreiche technische Ausstattung in den Bereichen Fotografie, Druck, Videoschnitt, Tonbearbeitung sowie ein 3D-Blue-Screen-Studio und Computerlaboratorien.